Ich begrüße euch wieder herzlich zu den Top 10 der 80er Horrorfilme. Wir sind nun schon tatsächlich bei der Hälfte angekommen und ich kann euch sagen, 1984 unterscheidet sich stark vor den vorigen Jahren. Kam das nur mir so vor oder schossen plötzlich Horror-Komödien wie Pilze aus dem Boden? In dieser Liste befinden sich diesmal jedenfalls weniger Splatter als gewohnt, was aber nicht heißen soll, dass sie deswegen schlechter ist. Ich habe mich gefreut, mal ein bisschen für Abwechslung sorgen zu können und hoffe, ihr freut mich genauso darüber. Also viel Spaß! Ja, zugegeben, das war nicht Fulchis Bestleistung. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt Feinde mache, empfand ich es so, als wären die ganz großen Zeiten von ihm vorbei. Filme wie Die Geisterstadt der Zombies, Das Haus an der Friedhofsmauer, Der New York Ripper, Ein Zombie hing am Glockenseil und noch viele, viele andere Werke sind einfach legendär. Aber das war alles genau vor diesem Film. Der Stil wollte nicht mehr funktionieren wie vorher und die Jallo-Vibes wurden deutlich blasser. Nach 1984 konnten nur noch wenige Werke von ihm punkten und dennoch nicht mehr so überzeugen, wie die Filme von unserer Nummer 10, Murder Rock. Dieses Werk löste heftige Kontroversen aus, denn erst einmal ließ er Santa Claus echt in keinem guten Licht dastehen. Und die Gewalt und der nicht gerade passend gewählte, familienfreundliche Zeitpunkt um Weihnachten veranlasste Kinovertriebe zum Handeln, um den Film nach gerade einmal 10 Tagen Laufzeit aus den Kinos zu entfernen. Doch Erfolg ist alles und nach dieser kurzen Zeit spielte er dennoch 5 Millionen Dollar ein und übertraf sogar am ersten Tag den wegweisenden A Nightmare on Elm Street, der zur selben Zeit erschien. Bisher gibt es vier Fortsetzungen, die wie ihr es wohl ahnt, alle auf ganzer Linie versagen und ein loses Remake. Für 2022 ist ein Reboot der Reihe geplant, wobei ich sagen muss, dass ich nie wirklich verstanden habe, warum man hieraus überhaupt eine Reihe machen musste. Platz 9 Silent Night Deadly Night Ein massives Wildschwein, was Menschen ohne Mühe zerfetzen kann und anschließend frisst. Dass Wildschweine auch im wahren Leben schon echt unbequem werden können, dürfte wohl kein Geheimnis sein. Aber dieses hier ist im wahrsten Sinne des Wortes Hängebauchterror. Der Regisseur des Films trumpfte eher selten mit einer guten Filmografie auf. Verbrechen wie Highlander 2 ging auf sein konnte und auch sonst gab es meiner Meinung nach nur noch Resurrection von 1999, der irgend so etwas wie Glanz hineinbrachte. Aber auch dieser australische Outback-Tier-Horror konnte überzeugen und war zu dem Zeitpunkt noch etwas Frisches zwischen wilden Hunden oder Werwölfen, die die kompletten 80er mal mehr oder mal weniger unsicher machten. Platz 8 Razorback Bevor es Final Destination gab, gab es diesen Film. So oder so ähnlich wird er beworben in reeren Auflagen und ich muss gestehen, so ganz dahergeholt ist das nicht. Zwar gleich die Story sich im Laufe des Films eher schwammig, aber auch hier geht es darum zu überleben in absurden Situationen und in weiten Teilen auch darum, den Tod auszutricksen, auch wenn er später auseinander driftet und mehr oder weniger um Zombies geht. Bei 85 Minuten Laufzeit kommt er tatsächlich etwas träge rüber und schleppt sich so dahin, doch nach der kompletten Sichtung ist man sich spätestens sicher, vielleicht eine kleine Perle gesehen zu haben, die bei Zweitsichtung eventuell noch einmal besser wirkt. Platz 7 Soul Survivor Dieser Film ist eine Low Budget Trash Perle erster Güte und nimmt sich einfach selbst nicht zu ernst. Fernab von Superhelden wie Captain America oder Superman gibt es noch einen Jungen, der nach einem besonders bösen Scherz flüchtend kopfüber in ein Fass voll radioaktiven Müll landet und so zum Toxic Avenger wird. Hört sich saudumm an? Ist es auch. Dennoch mutierte der Film zum Kult und ließ überraschend viel Gesellschaftskritik zu und dürfte in manchen Themen des Films schon als Satire angesehen werden. Gefüttert mit dem für Troma üblichen B-Movie Charme und überspitzten und weit über dem Realismus brutalem Splatter kommt man nicht drum herum ein Heidenspaß mit diesem Werk zu haben. Es gab drei Fortsetzungen, wobei hier interessant ist, dass erst der vierte Teil wieder überzeugen konnte. Platz 6 The Toxic Avenger Ich versuche mich natürlich immer möglichst daran zu halten, auch wirklich nur Horrorfilme in meinen Videos unterzubringen. Doch oftmals treibt es einen dann doch in die Enge, da viele Filme eher Fantasy oder vielleicht sogar Sci-Fi sind, aber doch immer wieder Horror-Elemente auftauchen, wie zum Beispiel hier. Ein Film, der doch ein wenig an die erwachsene Version von Rotkäppchen lagen hat. Nicht ohne Grund wurden doch die Romane zum Film von den Märchen stark beeinflusst. Doch wir wissen, alte Märchen haben schlicht und ergreifend zum Großteil immer etwas Verstörendes, etwas Gruseliges an sich. Weiter beeindruckt der Film mit starken Special Effects, die im Jahr 1984 mehrmals ausgezeichnet wurden. Platz 5 Die Zeit der Wölfe Ein Komet, der die Erde nicht trifft? Nein, er zieht an ihr vorbei. Und dennoch stirbt ein Großteil der Menschheit, indem sie zu rotem Staub zerfallen. Einige überlebten oder wurden Mutanten, weil sie der Strahlung nicht komplett ausgesetzt waren. Was folgt, ist eine Raubtour durch Einkaufszentren, um das Beste aus der Situation zu machen und zwei junge Frauen, die gegen Mutanten und zwielichtige Wissenschaftler kämpfen müssen. Das Ganze wurde dabei so unterhaltsam und definitiv auf Humor ausgelegt inszeniert, ohne dabei aber albern oder bescheuert zu wirken. Vom Regisseur Tom Eberhard hörte man leider noch selten etwas, was verwunderlich ist. So tauchte er doch schon zweimal in dieser Liste auf. Platz 4 Der Komet Ja, es war ein ewiges Auf und Ab. Doch tatsächlich zählt unter vielen Fans der Vierte als einer der Besten der gesamten Jason-Reihe. Und auch dieser Teil spielte allein in den Staaten locker das Zehnfache seines 3-Millionen-Dollar-Budgets wieder ein. Man sollte natürlich meinen, der Zusatztitel, das letzte Kapitel wäre ein Ende. Aber nein, Kenner solcher Horrereien dürften wissen, das ist absoluter Nonsens. Corey Feldman, der hier noch sehr jung war, ist ein beliebter Charakter in dem Teil gewesen und sollte eigentlich auch in den darauffolgenden wieder mitspielen. Was eigentlich schon beweist, wie auch das nicht so klare Ende, dass Fortsetzungen eh schon geplant waren. Feldman kam nicht zurück, weil die Gunis drehte. Die Macher wollten im fünften Teil ein Stilbruch begeben. Der kam schlecht an und man hatte wieder einen schlechten Teil in der Reihe. Also alles beim Alten. Platz 3 The Final Chapter Freitag der 13. Nie dem Sonnenlicht aussetzen, nicht nass werden lassen, nicht nach Mittelnacht fressen lassen. Das kommt euch doch sicher bekannt vor, oder? John Dante ist für mich persönlich heute nicht mehr der Qualitätsregisseur, aber damals hat ja ein Klassiker nach dem anderen rausgefeuert. So wie auch Gremlins. Wohl einer der ganz großen in einer Zeit, in der die Mischung aus Horror und Komödie wie aus dem Nichts auf die Filmwelt knallte. Gremlins wurde mit unzähligen Preisen überschüttet, sorgte für Franchise-Artikel Verkaufsexplosionen und spielte unglaubliche 143 Millionen Dollar im Kino ein. 1990 erschien ein zweiter Teil, der nicht mehr ganz an den Erfolg anknüpfen konnte, aber durchaus noch als ordentliche Fortsetzung durchgewunken werden kann. Seit Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht um einen dritten Teil. Ob dieser aber noch einmal den unvergleichlichen Charme des Originals und dessen Fortsetzung erreichen kann, man darf skeptisch sein. Platz 2 Gremlins Die Geburt eines Pizzagesichts sollte zu einem Albtraum werden, was seinesgleichen sucht. Der erste Teil um Freddy Krüger brachte es auf sechs Fortsetzungen, ein Remake, ein nicht wirklich gutes Remake und auf ein Date mit Jason. Wobei der erste Teil tonal noch etwas ernster daherkommt, doch auch hier der sarkastische, schwarzhumorige Ton von Freddy durchsickert. Wes Craven schuf hiermit eine Ikone des Genres, die nicht mehr wegzudenken ist und braucht sich weder hinter Größen wie Jason noch Michael verstecken. Im Gegenteil unterscheidet sich die Figur doch vollkommen vom Rest der stumm maskierten Serienkiller. Ob es je nochmal einen Teil in Form eines Remakes oder Reboots geben wird, ist aber fraglich, da es fest eingefleischten Fans ziemlich schwer fällt, jemand anderen zu akzeptieren als den für diese Rolle Geborenen, Robert England. Damit verdient auf Platz 1 A Nightmare on Elm Street. Und das war's auch schon wieder und ich glaube nächstes Jahr wird echt hart für mich, vielleicht nicht zehn Filme zusammen zu bekommen, aber auf jeden Fall die richtigen Platzierungen ausfindig zu machen bei dem, was uns da geboten wird. Denn einige von ihnen würden schon in einer Gesamtliste ganz weit oben landen. Manche gelten als Fortsetzung, die dem Original alle Ehre machen und wieder andere öffnen wie so oft ein Franchise und wie ich finde, ein verdammt gutes. Also, seid gespannt und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!